UNTERTITELUNG So tritt der Teufel auf. Er kommt als all das zu dir, was du immer wolltest. Wäre schön, mit einem Knall anzufangen, hm? Es gibt einen Bankräuber in der Gegend. Er hat elf Banken in vier Monaten überfallen. Also schön, Leute, das ist ein Überfall. Los, bewegt euch! Susan, hilf mir, diesen Bankräuber zu fassen. Ich gehe ein Risiko ein, das verdammt groß ist. Gibt auch großes Geld. Keine Bewegung! Er wohnt bei uns. Los, kommen Sie mit erhobenen Händen raus! FBI, halt! Wir haben es geschafft, das stimmt doch. Du verdienst eine Belohnung. Du bist der Einzige, bei dem ich mich einigermaßen wohlfühlen zurzeit. Hey Liebling, wir haben ihn. Ich gratuliere dir. Ich sag dir, das endet übel, dieses Rumgemache mit dem Bundeskopf. Wieso wohnst du nicht im Haus deines Freundes? Wenn du hier reinkommst, brich ich dir dein scheiß Genick. Cash, mach das nicht! Wieso hast du nicht angerufen? Ich hab einen Job, ich hab eine Familie. Aber ich brauch dich auch. Sie wollten letzte Nacht mein Haus niederbrennen. Willst du mir die Schuld daran geben? Hier sind sechs Riesen für dich. Ich will dich nicht wiedersehen. Ich glaube nämlich, so behandelt man seine scheiß Starzeuge nicht! Gottverdammt! Verräterin! Hast du sie geschwängert? Ja. Klampe! Was ist das scheiß Problem mit dir? Fick dich zur Hölle! Aber die Zeit ist nicht der Moment. Du hast bestimmte Teilową geworfen. Du hast dich, du hast zu sein. Du hast dich, du hast dich, du hast gewonnen. Vielen Dank.